Das fünfte Element. Alle 5000 Jahre wird die Welt von etwas unfassbar Bösem heimgesucht. Um das Böse zu bekämpfen, gibt es nur eine Waffe. Das fünfte Element. Dieses wird aktiviert, indem vier Steine, die die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Wind symbolisieren, um jedes fünfte Element angeordnet werden. Wir befinden uns im 23. Jahrhundert, in dem die nächste Apokalypse kommen soll. Das fünfte Element wird Ziel eines Anschlags und kann mithilfe einiger Zellen gerettet und in menschliche Gestalt verwandelt werden. Li Lu. Ihr vollständiger Name. Li Lu Minai Lekat Tariva Lamina Chai Ekbat Disabat Sebat. Bedeutet, in ihrer göttlichen Sprache Engel steigen. Als göttliches Wesen ist sie die Reinkarnation von Reinheit und Perfektion. Sie ist antropyl, etwas wild und mit kindlichem Charme gesegnet. Mit diesen Eigenschaften und der Hilfe der Elemente kämpft sie gegen das Böse. Herzlich Willkommen! Eva Nitschelta! Applaus 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 Amen. 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 Amen.